Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Unravel. Wir spielen nun das letzte Blatt. Und das wird auch das Ende sein dieses Spiels. Oh, Schneesturm. Unser Freund friert schon wieder. Oh mein Gott, wir sind auf dem Friedhof. Boah. Gibt es einen Grund, warum wir die haben? Ich verstehe nicht den Grund. Boah. Okay. 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 Ah. Ach so, damit ich, ah, damit ich an sie festgebunden bin. Klar, weil sie nicht fällt. Okay, ich habe es verstanden. Mhm, 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 mhm. Oh, wir sind gleich ganz weiß, ey. Und ich halte mich, ich halte mich. Weiter geht's. Der Ehemann ist gestorben. Weiter geht's. Noch einmal festhalten. Okay. 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 So geht's. So geht's. Und hochziehen. Hochziehen, 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 hochziehen. Nein, 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 nein. Schnell unsere Lampe mitnehmen. Oh, okay. Da wird sie wieder runtergespürt. Ja, aber wir sind da fest. Hä? Nein. Oh, shit. Hä? Ich verstehe den jetzt gerade nicht. Ah, okay. Ich habe es jetzt verstanden. Ich muss mich anders festhalten. Mhm. Mhm. Musik Ja, jetzt wird es Oh Oh ne, wie soll ich denn Wie soll das denn funktionieren Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich muss schlüpfen Okay, ab hier geht es wohl ohne Lampe weiter Was mich ein bisschen stört Weil ich meine Lampe geliebt habe Hä? Hä? Muss ich vielleicht einfach nur warten? Nein. Oh Gott. Ach, der arme Kerl, ey. Nein. Shit, ey. Nein. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh. Nein. Oh, das hat doch gerade so wunderbar geklappt. Ich scheitere an den einfachsten Dingen. Ja, da muss ich noch weiter, muss ich noch weiter gehen? Wir treiben auf jeden Fall weiter. Hallo? Hallo? So, kurze Pause. Oh, Gott sei Dank, ey. Nein. Oh. Wie soll das denn gehen? Ich soll auf diesen Steinen... Ja, aber bei diesen Steinen gehe ich unter, wenn ich da zu lange drauf bleibe. Also, erst mal warten, bis viele kommen. Ja, da, da mitmachen. Jawohl. Komm, mein kleiner Freund. Ich weiß, es ist schwer, das ist kalt. Aber wir schaffen das. Es ist nicht mehr weit. Ach, unser armer Freund, ey. Ja, ich weiß, es ist schwer. Du kannst dir alles. Oh, ist es nicht mehr weit? Ja, ich weiß, es ist schwer. Einmal schnell festmachen. Hüpfen kann ich nicht, damit ich schneller vorankomme. Was ist los mit dir? Hui! Das andere Herz. Was ist los? Was ist los? Huh? Wir haben das Herz. Und wir leben wieder. Und es ist kein Winter. Wo sind wir? Oh. Okay. Okay. Das ist ja eigenartig. Das ist cool. Aber was sind das? Sind das Glühwürmchen? Sind das Erinnerungen? Was ist das? Oh. Wir haben Frühling. Die ganze Zeit war das Garn zu kurz. Und jetzt... Achso. Ich wollte schon sagen. Und jetzt kommen wir so durch. Oh. 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 Die sind immer noch da. Sind wir zu Hause? Ich würde sagen, ja. Ja, sind wir. Oh. Habe ich mich jetzt erschrocken. Habe ich mich jetzt erschrocken. Hast du schön gemacht. Liebe verbindet wie ein Garnfaden. Genau wie... Dankeschön. Danke, dass du Unravel gespielt hast. Ich konnte es überhaupt nicht lesen. Na gut, ihr könnt ja stoppen. Und euch das durchlesen. War ein wunderschönes Spiel. Ah, die Entwickler. Sehr schön. Ich bin echt stolz auf euch. Sehr, sehr schön. Man hat es geschafft, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass gesprochen wird. Und das nur von so einer Figur begleitet und Musik. Es war wunderschön. Der Sound war geil. Dass man den Schnee gehört hat. Es war einfach wunderbar. Also, das Spiel... Das haben sie wirklich nicht umsonst hoch angepriesen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht diese... Ich weiß nicht, diese... Ach, ich weiß jetzt nicht, wie diese Version heißt. Dass ich diese Version nicht gekauft habe, wo man diese Puppe mit beikriegt. Aber, naja. Sehr, sehr schön gemacht. Ah, ja. Momentan arbeiten sie alle nur noch damit, ne? Ich glaube, Henry Reign oder so war der Vorreiter. Sehr, sehr schönes Spiel. Der hat das schöne Spiel. Echt süß gemacht, die Geschichte. Und war auch teilweise echt schwer. Man musste auf jeden Fall überlegen und nachdenken, wie man wo was wie setzt. Und so, vor allem, dass der Garn sich halt dann irgendwann auch zu Ende läuft, ne? Und dass man sich das dann schnell neu einwickeln muss. Ich fand's gut. Ja. Sehr schön. Okay, meine Lieben. Ich lasse das jetzt noch, ähm... Zu Ende laufen. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und sage... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Amen. 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 Amen.